So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, wenn es wieder heißt, FIFA 2012. Ja, moin Leute, willkommen bei der zweiten Halbzeit, Dortmund gegen Schalke. Es steht 1-1 zur Hälfte und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Lewandowski hier direkt mit einem Konter, oh, gut abgefangen von Jurado. Ja, da geht Dortmund wieder den Konter. Kehl hat ja mal Kehl, passt nach, ah, okay. Ich denke, es hat den auch angefangen. Jetzt Schalke mit einem Angriff und gut abgefangen. Und Kehl läuft, Kehl passt auf Lewandowski, Lewandowski läuft aufs Tor. Lewandowski, und das war ein eindeutiges Verholung. Eindeutig gelb, Minimum gelb, eventuell rot. Ja, eindeutig gelb für Schalke. Messer-Selder, was für ein Schwein. So ein Arschloch hier, ja? Ehrlich, jetzt gibt es einen geilen Freistoß. Kannst du mich auch mal reden lassen. Rede. Yo, ich gehe dabei gerade anfangen. So, okay. Schein hat den Eckball. Barrios, Barrios hat sich nicht verwandeln können. Oh, was, wie heißt der? Oh, Romulila, Mann. Großkreuz, Großkreuz, läuft vor. Und, und, und? Barrios schießt, nein! Oh, und, und? Oh, voll der Kante. Oh, voll der Kante. Der Kante, ey. So, Kehl hat jetzt... Äh, Verfahren, Verfahren spielt auf Ra... Rauul, Hans, Huntelaar, Huntelaar. Ja, der hat den Ball verloren. Oh, Kehl läuft jetzt wieder weiter nach vorne. Ah, okay. Scheinert den Ball rein. Was, wie ist der? Oh, Schalke jetzt im Angriff mit einer Überzahl. Mit einer Überzahl, mit einer Überzahl. Huntelaar. 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 Barrio, Barrios. Ja, fast mal ein Verlust. Oh, eine schlechte Flanke. Aber das könnt ihr nicht verwandeln können. Also, Raul hat den bei Raul passen nach Huntelaar. Huntelaar passt so unten. No Jones. Oh, no. Oh, das gibt eindeutig einen Freischoß. Ja, einen Freischoß. Von Subotic. Wird super gut. Von Subotic, oh. Oh, gut. Oh, was ist jetzt, was ist jetzt? Der Schiegel beschwert sich Freistoß. Sahin wird Schein im Freistoßverwand. Oder mit dem Verwandeln, das sehe ich so schon. Oh, nein, nein, volle Karne gegen die Mauer. Jetzt ist noch ein Kuss ausgehauen. Die Haulitz. Kehl. Kehl zu Sahin. Sahin zu Barrios. Oh, okay. Barrios hat den Bus. Und Huntelaar konnte dabei nicht nach vorne führen. Und jetzt ist Schalke im Angriff. Verfahren, Verfahren. Vorteil auf. Er hätte nach vorne vorliegen können. Huntelaar auf Raul, 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 Raul. Raul, 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 Raul. Er schieß, schieß. Oh, oh, oh. Auf der rechten Seite. Vorbei. So. Baut jetzt eine gelbe Karte. Und Abschuss. Schön flach gespielt. Schmitz hat den Ball, Schmitz hat den Ball, Schmitz. Schmitz passt nach Ruhl, 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 Ruhl hat den Ball immer noch. Passt, ja, boah faffelt. Und jetzt ist dort Ruhl. Anderski hätte durchrennen können. Antela, Antela hat den Ball. Passt nach Ruhl, Ruhl wurde leider gebrockt. Und abseits. Hier sieht man es nochmal eindeutig. Oder auch nicht. So, Jones schießt nach Ruhl. Schmitz hat den Ball. Schmitz passt nach Ruhl, 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 Ruhl. Er passt nicht, er schießt, er schießt. Nein! Und Schmitz! Meine Güte, Leute, der Ball ist da getroffen. Schwierende gelbe Karcher für... Sein. Ruhl versucht den Ball zu kriegen, hat es leider nicht geschafft. Ja, jetzt Dortmund mal wieder im Angriff. So meisterlich. Auf Lewandowski. Lewandowski passt nach vorne. Auf Banius. Und der, was macht der denn? Der passt da irgendwo uns aus zu den Fällen oder so. Neuer Abstoß. Schön flatter Abstoß. Nach Merzinger. Jones. Jones passt nach vorne. Nach zu Ruhl. Ruhl auf... Ne, doch nicht faul. Schalk hat Freistoß. Jones, Jones... Oh, jetzt hat Lewandowski Freilauf. Freilauf, Freilauf, Freilauf. Das schafft er. Jetzt, er wird das schaffen. Das wird er schaffen. Er wird das noch... Er wird das noch... Er muss nur noch überpassen. Er muss nur noch überpassen. Und... Tor! Tor! 2-1 für Dortmund. Er hat das geschossen? Blassiges Gowski. Ja genau, geschossen hat das der Blaseball. Blassiges Gowski. Blaseball ganz geschossen. Ja. Aber vorhin trauscht Kuba. Aber egal. Einfach nur genial. 2-1 in der 86. Minute für Dortmund. Und macht Dortmund jetzt noch ein 3-1? Irgendwie sind die gerade alle desorientiert. Ja. Hatteler. Scheiß. Leider abgenommen. Verfahren. Nach Hatteler. Hatteler läuft. Oh, Hatteler läuft. Pass nach der Ruhl. Ah, faul. Oh, mies. Gelbe Karte. Gelbe Karte. Gelbe Karte für Sumotic. Ich weiß aber noch nicht sein Name. Rakitic. Wie das heißt. Nach Wandowski. Nach Wandowski. Nach Wandowski. Nach Wandowski. Nach Wandowski. Nach Wandowski. Er spielt noch nach vorne. 5 Minuten Nachspielzeit. Wird es das gewesen sein für Schalke? Also ich glaube eher den Dortmeler wäre er. Spiel als Raul. Leute immer daran denken. www.youtube.com slash PSLive3 und slash TheSkyMaker1 ganz genau. immer abonnieren. Wir danken fürs Zuschauen und das Spiel hier wird gleich gelaufen sein. Sofern Schalke jetzt nicht noch ein Torbach. Also wir sind hier gerade auf der Gamescom mit der Let's Play Karooke Box. Kann man so sagen. Genau. Die Videos werdet ihr auch bei uns auf den Kanälen finden. Oh, gut vorgelegt aber da ist neuer. Schön Likes gehen, damit wir gewinnen. Genau. Immer schön die Videos gucken und liken, weil dann gewinnen wir nämlich eine Let's Player Ausrüstung. Okay, das Spiel ist jetzt zu Ende.